ja liebe leute herzlichen willkommen zurück zu letztes bildet 4 wir machen heute weiter mit dem letzten teil für heute drei reiten stehen heute an drei kleine wertungsprüfungen das drei kleine wertungsprüfungen los mit dem ersten teil und am vor crosses lake mit 4,85 kilometern das sollte doch hoffentlich ein bisschen zu schaffen sein für uns für unser land der delta und am vor allem wieder auf dem ersten teil und am vor allem wieder auf dem ersten teil und Vielen Dank. Moment, geht sofort weiter. So, gehen wir da. Auf geht's. Das Auto ist trotz des Aussichts in gutem Zustand. 3 Minuten 34, gibt der uns vor. 5, 4, 3, 2, 1, go. Warte mal, ich muss mal gerade kurz wieder, ich muss das Ladekabel in den Controller stecken, damit ich halt wirklich jetzt, während ich fahre, laden kann. So. So. Right, annotiert. Dibüt. Kuppe, links 5, rechts 6, links 4, rechts 3, links 6, über Kuppe, 80, Kuppe, senke, rechts 6, rechts 4, über Kuppe, durch senke, mittig halten, über Kuppe, runter, links 5, links 3, über Kuppe, rechts steigen, rechts 6, über Kuppe, 60, links 3, durch senke, mittig halten, über Kuppe, 60, in offene Kehren, rechts, leicht, rechts steigen, hinten ist ja sie. Links 3, vom Kuppe, 60, mittig halten, über Kuppe, 80, durch senke, mittig halten, Überspruch, 60, rechts 6,60, durch senke, links 3, rechts, rechts steigen, rechts, rechts, über Kont photography, 30, da muss ich heute vollkommen aufpassen, dass ich hier irgendwo mit in der Pappe lande, das haben wir leider auch zu genügen, schon gehabt in den letzten Folgen. Durchsenke. Links vier, überpuppe. Durchsenke. Links sechs, mittig halten, überpuppe. Sechsig. Rechts sechs, links fünf, überpuppe. Rechts sechs, kuppe. In links sechs, durchsenke. Rechts fünf, überpuppe. Links drei, nach rechts steigen. Rechts drei, überpuppe. Durchsenke. Sechsig. Rechts halten, überpuppe. Links drei, nicht steigen. Rechts vier. In links sechs, rechts steigen. Sechsig. Links drei, durchsenke. Mittig halten, überpuppe. Sechsig. In offene kehren. Rechts lang, nicht steigen. Sechsig. Durchsenke. Links drei, überpuppe. Achtzig. Rechts sechs, links fünf, überpuppe. Rechts sechs, kuppe. In links sechs, durchsenke. Rechts fünf, rechts fünf, links vier. In 90 Grad links. Links drei, rechts fünf, runter. Rechts vier, links eins, welle, senke. Rechts fünf, überpuppe. Links fünf, rechts sechs, links sechs, kuppe. Senke bis ziel. Gut, den letzten Fall haben wir schon mal geschafft. Haben wir mit dem Vorschau von 47,9 Sekunden. Also sehr super, super gemacht. Ja, souverän. Auf und seinen Kollegen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut. Let's go. Teil Nummer zwei. Der längste Teil übrigens mit fast elf Kilometern. Der längste Teil übrigens auch in diesem gesamten Event. Wenn er sogar noch mal länger ist als die erste Strecke. Um zumindest mal 40 Meter. Äh, 400 Meter. So. 400 Meter. So. Wir haben noch ein bisschen was mehr zu fahren. Aber gehen wir schon wieder auf die Reihe. So. Neuert Lake. Also es geht wieder auf meinen See. Genauso wie jetzt eben gerade auch. So. Ich habe jetzt überhaupt nicht reingeguckt gerade auf die Dings. Kein Wort vom Marsche. Das kann nur Gutes bedeuten. Ja, hoffentlich. 7,43 gibt hier gerade uns durch. 5, 4, 3, 2, 1, los. In links 6, rechts 1 überpumpe, 60. Rechts 5. In links 2 überpumpe, rechts 4, lang. Links 5 überpumpe, runter. Rechts 4, links 1, wellen, senken. Rechts 5 überwenden. Links 5. Rechts 6, 60 überwenden. So. Offene Kehre, rechts. Innen halten. Rechts 6. Nun. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre, links. Lang. Durchsenken. Nicht steigen. In rechts 6. Links halten. Überpumpe. Nicht steigen. Rechts 5. Rechts 5. Wunder. Rechts 4. Links 1. Wellen, senken. Rechts 5 überwenden. Links 5. Rechts 6. Links 5. Rechts 3. Nicht steigen. 90 Grad rechts. Rechts 4. Links 5. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre, links. Lang. Durchsenken. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten. Überpumpe. Rechts 5. 60. Links 5. Rechts halten. Überpumpe. Links 6. In offene Kehre, rechts. Lang. Durchsenken. Links 4. Rechts 3. In links 2. Rundern. Rechts 4. Links 1. Wellen, senken. Nicht schneiden. Rechts 5. Überwenden. Links 5. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre, links. Innen halten. Nicht schneiden. 60. Überpumpe. Links 5. Rechts halten. Überpumpe. Links 6. In offene Kehre, rechts. Lang. Durchsenken. Ein bisschen Vorsprung haben wir von 10 Sekunden 10,5 momentan. Rechts 3. In links 2. Links 5. Rechts halten. Überpumpe. Links 6. In offene Kehre, rechts. Lang. Durchsenken. Links 4. Rechts 3. In links 2. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überpumpe. Achtung. Kuppe. Rechts 1. Links 4. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überpumpe. Achtung. Kuppe. Rechts 1. Links 4. Rechts 5. Überpumpe. Links 4. Lang. Kuppe. Rechts 2. Links 5. Rechts 5. Überpumpe. Links 4. Lang. Kuppe. 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 Rechts 2. Links 5. In links 6. Durchsenken. Links 4. Überpumpe. In links 6. Durchsenken. 200. Rechts 4. Links 1. Wellen. Senken. Rechts 5. Überwenden. Links 5. Rechts 6. Links 5. Rechts 1. Überpumpe. Links 6. In offener Kehre. Rechts. Durchsenken. Links 4. Rechts 3. In links 2. Rechts 5. Nicht schneiden. In links 2. Überpumpe. Rechts 4. Lang. Links 5. Überpumpe. Nicht schneiden. Links 6. Offene Kehre. In halten. 60. Überpumpe. Links 5. Rechts 3. Nicht schneiden. Ah, das geht glaube ich gerade. Rechts 4. Links 5. Links 5. Rechts 4. Überpumpe. Links halben. Durchsenken. Rechts 2. Durchsenken. Links 3. Nicht schneiden. In links 6. Bevor das auf der nächsten Strecke wieder mal nichts kürzer sein wird. Links 4. Überpumpe. Rechtschneiden. In links 6. Durchsenken. Runde. In links 6. Durchsenken. Links 4. Überpumpe. In links 6. Durchsenken. 200. Rechts 4. Links 1. Bälle. Senken. Nicht schneiden. Rechts 5. Überpumpe. Links 5. Rechts 6. 60. Überpumpe. Sofort. Offene Kehre. Rechts. Innenfälle. Rechts 6. In links 6. Kuppel 60. In rechts 3. Überpumpe. Links 5. Senken. Rechts 6. Durchsenken. Rechts 4. Kuppel 60. Kuppel 60. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpumpe. Rechts 3. In links 2. Durchsenken. In rechts halten. Durchsenken. Links 4. Überpumpe. Rechts 5. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre. Links. Lang. Durchsenken. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten. Überpumpe. Rechts 5. Wunder. Rechts 4. Links 1. Wellen. Senken. Rechts 5. Überwellen. Links 5. Rechts 6. In links 6. Durchsenken. Links 4. Überpumpe. Rechts schneiden. In links 6. Durchsenken. Wunder. Rechts 6. Durchsenken. Rechts 4. Kuppel. Gleiches Bruch. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpumpe. Links 5. Rechts 4. Überpumpe. Links halten. Durchsenken. Rechts 2. Durchsenken. Links 3. Nicht schneiden. Rechts 5. Links 4. 90 Grad. Rechts 100. Links 6. Offene Kehre. Links. Inhalten. Nicht schneiden. 60. Überpumpe. Rechts 6. Durchsenken. Rechts 4. Kuppel. Gleiches Bruch. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpumpe. Links 5. Rechts 1. Überpumpe. Links 6. In offene Kehre. Rechts. Durchsenken. Links 4. Rechts 3. In links. 2. Rechts 2. Rechts 2. Rechts 2. Rechts 4. In offene Kehre. Links. Lang. Durchsenken. In rechts 6. Links halb. Überpumpe. Nicht schneiden. Rechts 5. Nicht schneiden. Wunder. Überpumpe. Rechts 6. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6. Überpumpe. Und Achtung. Rechts 4. Weg schneiden. So. Schafflings. Fahrt 6. Aber diese schwulen Heli da. Ich habe die Kind nicht gesehen. Jetzt habe ich sofort nach links. Habe ich gerade total irritiert. Der Scheiß Heli mich ja so irritiert hat. Naja, hat doch ganz geschafft. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut gemacht. So, der letzte Teil. Diesmal sieht es wirklich besser aus. Zum Beispiel als in Australien. Diesmal steht nämlich überwiegend die 1 bei uns. Also, wir müssen jetzt den letzten Teil noch fahren. Dann sind wir hier auch durch. Die 1, Mr. Windfah. Mit 4,68 Kilometern dürfte er deutlich langer Scheller sein. Weil er ungefähr nur ein Drittel lang ist. Naja. Okay, wein. Oh, wir haben die saubere Wertungsprüfung. Wenn alles gut läuft, kriegen wir das sogar komplett auf grün. So 100%. Okay, wir können direkt losfahren. Alles klar. 3 Minuten 3 gibt ja uns vorher Zeit. 5, 4, 3, 2, 1, locken, gucken. In rechts 6, links 5, rechts 3, wegschneiden. 90 Grad rechts, rechts 4. Links 5, rechts 2, links 3, rechts 4. Links 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, links 6, links 4, rechts 3, links 3, links 2, links 6, links 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 6, links 6, links 5, rechts 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 6, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 6, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 6, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, rechts 6, rechts 5, 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 rechts 5 Ja, zeige ich es zu schnell. Das Wetter macht es natürlich nicht einfacher gerade. Wir führen aber den Abschnitt verloren. Kuppel 60, in rechts 3, Kuppel, links 5, senken. In links 6, Kuppel 60, in rechts 3, Kuppel. Links 5, senken, runter. Rechts 4, links 1, Bälle senken. Rechts 5, überwenden. Links 5, rechts 6, links 6, Kuppel senken. Rechts 6, links 6, rechts 5, Kuppel nicht schneiden. Links 6, 80, rechts 6, links 5, überwenden. Rechts 6, Kuppel, in links 6, durch senken. Rechts 5, links 4, in 90 Grad links. Links 3, rechts 5, rechts 6, links 4, rechts 3, links 6, überwenden. 230, bis Ziel. So. Dann haben wir das auch erledigt. Ok, bringe es zum Reichsschiff. Im 17,3 Sekunden die mal Vorsprung haben. 2 Minute 46, das haben wir geschafft. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. So, dann war das geschafft. Damit sind wir durch. Das muss jetzt alles grün werden. Ja, passt. Gut. Dann sind wir mit dem Hackertrip-Sponsor durch und das nächste Teil, da finden wir uns dann bei der historischen Intercontinental-Serie. Da finden wir uns dann wieder. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir das Ding dann da mal auch rocken. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.